Seitheben, mit Kurzhantel. Stehen, die Beine leicht gebeugt, Oberkörper gerade. Arme hängen seitlich, Ellbogen leicht gebeugt. Die Handtellen vertikal an der Schulter ausrichten. Ohne den Beugungswinkel der Ellbogen zu verändern, mit geradem Oberkörper die Handtellen anheben, bis sie in einer horizontellen Linie, zu den Schultern stehen. Die Handtellen in Schulterhöhe halten, um zu vermeiden, die Last auf andere Muskelgruppen zu verlagern. In die Ausgangsposition zurückkehren.